nicht nicht so dann schauen wir mal ob wir wieder ein paar messages kriegen ob sich noch jemand treffen möchte oder ob es das leider war Moment Tobi hast du etwa vergessen auf die Karte zu gucken wir haben Miranda vergessen das ist ein kleiner Einwurf das mache ich nachdem ich Mass Effect 3 durchgespielt hatte das hatte ich auch bei Mass Effect 2 gemacht da hatte ich nämlich vergessen mit Legion zu sprechen und hier habe ich vergessen mit Miranda was zu machen also schneide ich das in die dementsprechende Folge mit hinein also wir müssen in die sieben machen wir dann nochmal das ist wieder sehr voll hier Menschen acht Menschen Massen Lebewesen Massen sie wird besser hier muss mir anders Sollte. Miranda? Du bist gut, Shepard. Ich dachte, wir können einen Abend ausprobieren. Sieht, du hast ein paar Zeit, um zu spüren. Ich weiß, aber nicht so gut zu sein. Ich fühle mich ein bisschen verletzt. Es ist ein bisschen schade, wirklich. Ich habe zu denken, wir brauchen eine Pause. Kein Problem in die Galaxie, wenn wir es nicht einmal in ein paar Mal genießen. Ich habe zu sagen, ich bin ein bisschen verletzt. Ich dachte, du könnte sein. Ich kann sein, äh, sehr schwer. Du bist gefocert. Ich glaube, ich verstehe. Ich dachte, um unsere Gespräche zuvor, um ein normales Leben zu haben. Verdammt, ich bin nicht so gut an das. Die Wahrheit ist, Shepard, ich bin nicht so gut an normalen, oder? Ein bisschen ein Verzweck, wirklich. Ich verstehe. Wir brauchen nur ein bisschen Praktis. Einige Ideen? Schau mal an dich. Es ist eine Runde voll von great Ideen. Hier? Es ist nichts, aber Alkohol, Gämbling und Wastung Zeit. Es ist nichts, Herr. Es ist nichts, Herr. Es gibt mehr Wein. Er hat die Frau mehr Wein. Oh Gott. Ich werde das nicht vergleichen. Wir haben nur Freunde auf der Stadt. Was ist das Schlimmste, dass wir das nicht passieren können? Komm schon, Partner, wir beginnen ein paar Träume. Achso, da hinten. Dann gehe ich noch mal in Shepherds Apartment und gucke, ob wir neue Nachrichten bekommen haben. Wenn man sonst im Assers auch schon... Ah, da hinten. Ne, kann nicht sein, oder? Ich glaube, hier geht's noch. Orientierung wieder wie... wie ne Katze. Ein Interessant Gambit. Eine Träume. Was ist mit einer Brut? Das wäre ja auch nicht. Das ist etwas. Es war nicht so, dass wir so... Aber sogar dann, wir haben eine Sache, die wir nicht mehr haben. Tabeeris Towers. Andersons Appartement. Viva la France! Weiß nicht warum, aber Andersons Appartement lädt immer so ein bisschen länger, ne? So, gucken wir mal, ob wir noch neue Nachrichten haben. Nein. Perfekt. Vorhin auf die Karte geguckt, da war nix. Haben wir eine Karte? Nein. Okay. Okay. Das war's dann hier. Hier wird der Cut sein. Und dann sehen wir uns wieder auf der Normandy. Bis gleich. No Messages? Nein. Okay. Trainer? Jawohl. Okay, wir reden nochmal mit allen. Bevor wir uns dann auf die letzte Mission begeben. Äh, nicht die letzte, aber eine der letzten. Commander. Hallo Shepard. Combat Information Center. Kapitätskabine. Gucken wir mal. Ah. Alles beim alten, okay. Moment, was haben wir denn an Panzerungssitz? Das ist ja, ne? Oh. Ich habe noch ein Panzerungssitz. Hm. Okay. Okay. Na gut. So, wer ist hier? Überall da, wo sie sonst auch immer sind. Okay. Hey there. Ich glaube, die haben alle nichts mehr zu sagen, aber ich gehe zur Vorsicht nochmal ab. Das ist sehr gut. Wo gehen wir denn dahin, wenn alle krank werden? So, soweit keine Upgrades. Was haben wir denn alles für Upgrades? Geunite. Bereiter geht's nicht. Ready for the next mission. Indeed. Okay. 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 So, hier sind wieder alle da, wo sie sonst auch immer sind. Tschöne. Sehr gut, sehr gut. Kommander. Kommander Tjavik hat er nicht gesagt er war selber commander erweist hat gar nicht mehr ist mir jetzt spontan entfallen immer noch eine etage tiefe in seine lupe shuttle bucht so haben wir nichts vergessen okay waffen upgrades black widow war ja schon genau gfgf alles mögliche haben alles wir können theoretisch alles kaufen ja machen wir einfach mal wir haben jede menge kohle geht auch schneller wo sie so machen wir kaufen alle upgrades damit all unsere kameraden die besten waffen haben ich habe jetzt keine lust daraus zu finden wer welche waffe benutzt deswegen einfach alles was sollen wir sonst mit der kohle machen nicht können wir ähnlich ausgehen was soll denn sein ok moment dann gucke ich mal doch durch die claim benutzt die benutzen doch welche oder nicht upgraden wir die dann doch ein bisschen viele m98 widow partikelgewehr server serie da partikelgewehr von javik zack ähm server serie rieger karbon gef plasma mp die verbesserung aber auch jawohl mhm 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 ich glaube ich glaube ich glaube ich glaube sonst die waffen benutzt man gar nicht wo es war zwar eine verschwendung von kohle aber wir haben eh genug von daher wir haben so viel was soll's ja jede menge summ so und etwas was neues oder was heißt neues aber ein update zu unserer galaxisbereitschaft ich war im multiplayer tätig so alien was haben wir dazu bekommen mhm omega i0 omega angriffslotte omega oleg petrovsky äh allianz da allianz fregato normandy sr2 ja wohl sonst nix konfliktgebiete 99 prozent ok hoch beheilschaftswertung 99 prozent was das kann doch nicht sein es ist gerade äh um ein prozentsatz heruntergegangen wie fies aber das ist eigentlich gar nicht so schlimm denn moment kriegsaktivposten weitere infos ok wie gesagt bereitschaft der galaxie ist jetzt auf 99 prozent vorhin war sie noch auf 100 prozent ja das ist nicht so schlimm wir haben 10.470 man braucht eigentlich 3.100 ich denke mal das ist mehr als genug wunschlos glück im moment link zu hack it äh ok ok die galaxisbereitschaft ist bei quasi 100 prozent 99 prozent voll einsatzbereit und es geht weiter mit prioritätswerber des hauptquartiers das hauptquartier des unbekannten wurde gefunden und die allianz ist bereit zum angriff um die proterna vi zurückzuholen die der schlüssel zum katalysator ist sobald der angriff beginnt ist die allianz ausschließlich mit dem letzten kampf gegen die reaper beschäftigt greifen sie die basis an sobald sie bereit sind jawohl und das sind wir shepherd ist bereit seine crew ist bereit es geht in das vorvorletzte geficht so wo haben wir es kronos station da guckt einmal auf seinen stern basis des unbekannten der rote supergigant anadius ist eine fußnote auf den sternen karten des pferdekopfnebels ein kalter sterbender stern mit der 20 fachen masse und dem 1500 fachen radius von soul unserem stern zwischen den regelmäßigen sonneneruptionen ist die unauffällige raumstation kaum auszumachen die zudem auf keiner karte verzeichnet ist edis hinweis größe und form der station lassen darauf schließen dass viele schiffe dort andocken könnten für exakte werte müssten allerdings aktive scans durchgeführt werden die wiederum die anwesenheit der normandy verraten würden die zusätzlich gewonnene präzision ist das risiko nicht wert richtig schäferd die intel you sent looks good the fleets are ready to go but once we're committed against servers it won't be long before the reapers take notice and the crucible ready except for the catalyst but there's no way to hide the ships we'll be sending at cerberus once we attack the crucible won't stay safe for long for all intents and purposes and assault on cerberus will be the first stage of our attack on earth what happens if cerberus doesn't have the intel we need or they stop us from getting it then we lead the fleets to earth and we take our chances but your intel points to cerberus and the elusive man holding the information we're looking for and we have the element of surprise cerberus won't know what hit him i want to make sure we're ready before we commit understood the fleets are ready when you are okay joe ist noch was neues hinzugekommen nein okay hat er genau was zu sagen commander something on your mind cerberus what are your thoughts on cerberus i think it's obvious by now the elusive man is insane not that he wasn't always a special form of crazy but this is getting downright dangerous and i don't care what he thinks he's proven there's only one way we defeat the reapers no more reapers but what if the reapers really can be controlled that's like trying to tame a shark somebody's gonna end up dead in this case it would be the whole galaxy he's the worst possible person to give that kind of power to kill him that's an order nothing more sir hack it out so die reaper kontrollieren stehen sie bequem okay that's the command are you ready to send the fleet against the Cerberus stronghold the reapers and Cerberus started this now we're going to end it Ich werde die Flüte mobilisieren. Es wird ein paar Stunden dauern, um die Flüte zu mobilisieren. Ich liebe das Wunderschöne. Ich habe versucht, die Zeit zu finden, um die Zeit zu passen. Kann ich mit etwas gut sein? Ich dachte, vielleicht könnte man ein paar Unternehmen heute Abend nutzen. Will you stay here with me? Until the call comes? For as long as you want. Legion? Überraschung wird weil sie nicht mehr geschlossen haben. Keidon? Ülge Schatten? Mordin? 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 Legion? Untertitelung des ZDF, 2020 Vertrau nicht dem Kind. Für die Reapers? Nein. Sie machen die richtige Sache. Sie haben die größte Militärische Kraft in der Geschichte. Keiner hätte mehr gemacht. Wir haben so viel verloren. Sometimes, ich... You don't know if what will be left was worth the fight. I know. And when I feel that way, I reach for you. Thanks. Whenever you need me. The strike team is in. We've got our foothold. Fifth Fleet, all forward. I don't want a single Serberus ship in my sky when we're through. Shepard, I should accompany you on this mission. Why? This is the central point of operations for Cerberus. They will have enhanced security measures. With my knowledge of Cerberus' algorithms and this body's updated protocols, I offer the best chance to help you succeed. Grab your gear. Okay, E.D. muss mit dabei sein. Gareth oder Tali oder Jovic oder James. Hmm. Wir nehmen Gareth mit. So, okay. Mhm. Mhm. Die Motts sind in Ordnung. Auch in Ordnung, alles klar. Wir haben drei Punkte, bringt uns nichts. Idiot 26, nice. Äh, Überlastung machen wir voll. Machen sie schwäche, organische Feinde kurzzeitig handlungsunfähig. Öl-Auflagetempo. Jo. Öl-Schaden um 15% trifft ein Ziel mehr innerhalb von 8 Metern. Öl-Schaden gegen Mayan und Schild um zusätzlich 100%. Oh, ja. So, Verteidigungsmatrix machen wir auch. Öl-Verringerung, erlitten Schaden um 5%, erhöht Schild-Generation um 30%, wenn Panzerung abgeleitet wird. Schadensverringerung oder... Äh... Machen die Schadensverringerungen. Reduziert Schilderaufladeverzögerung um 15%. Öl-Tech-Kraftschaden um 25%, solange Verteidigungsmatrix aktiv ist. Da gehe ich mal für den Schaden. So, verringert Kraftgeschwindigkeitsabzug um 30%, verringert erlittenen Schaden um 10%. Ah, okay, ich verstehe. Machen wir das. Dann kann sie trotz, äh, Verteidigungsmatrix laden die Kräfte dann ein wenig schneller auf. Also 30% schneller in dem Sinne. Ja, machen wir. Okay, Garris, null. Wir bestätigen. Wir bestätigen. Joker, was ist unser Status? Wir haben ein Foothold, aber es ist nicht viel, Commander. A lot of Fighters guarden die Launch Base. Kannst du uns in? Hey, ich habe uns in Eilos. Ich kann das machen. Das könnte ein Buffy-Ride sein, doch. Geh, was du kannst. Geh, ich bin bereit. W-W-Wut? W-Wut? W-Wut bist du verrückt? Du kannst nicht nach Cerberus-Headquarters gehen. Sie könnten ein Virus oder ein Killswitch oder... Ich werde gut sein, Geh. Geh, ich bin bereit. Geh, die Schadalini. V-Fleet haben durch ihre Linke. Sie sind regrouping. Jetzt ist es gut, wie es ist. Ich weiß, es ist nicht möglich, zu gehen mit ihr. Ja, es tut. Danke, dass du das gemacht hast. Hey, Shepard. Keep her safe. Same to you. Everything okay, Cortez? Ich bin bereit. Ich habe ein Verkaufs hier. Geh, die Schadalini. Geh, die Schadalini. Ja, ich bin bereit. Ich hab's gesehen Okay, ich brauch Brand-Money Gareth, du mal da drauf Edi, du mal da drauf, bitte Komm hoch mit deinem hübschen Köpfchen Ne? Ah Uh, da ist nichts mehr übrig geblieben Okay Da startet noch ein Jäger Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß Äh Hangar-Drucksteuerung Edi, ich hab eine Konsole, geh Hangar-Ventprocedure Disabled Ich hab die Hanger Nein Insofern Ich kann das Anfänger-Fighter-Launch-Controls Schepferd, Servus ist aware that the venting attempt failed. Reinforcements are inbound. Cut the station Cut these distance in Mh Uh Uh Fog A-T-I-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U! Another server team is inbound. Yet they figured out what we're doing. They're not stopping us now! Ooh! Overriding station. The fighter should now launch to the hangar door. Perfect. Let's get down there. Launching fighter. Impressive! The central lab was located behind this hangar. I suggest we follow the fighter's path. Nodin, let's move. Hi there. All personnel prepare for security lockdown. Repeat. Hostile forces. This has breached the perimeter. All units respond. We've broken their front rank. Now we can cause real damage. No. 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 E.D., kannst du ihn durchführen? Ein Moment. Cerberus hat ihre Encryption verabschiedet. Es gibt ein wenig Verlust, als ich die Sicherheit durchführen. Wie ist Cerberus reagiert zu uns brechen die Tür? Sie verabschieden so viel von der Basis wie sie können. Die größten Objekte der Zentralab sind verabschiedet. Die anderen Bereichen werden fortified. Die Träger schwerer werden uns verabschiedet, während die Ingenierungen setzieren. Any mehr Überraschungen, wie die Hanger verabschieden? Nein, ich weiß, dass diese Aufmerksamkeit ist und kann sie unterhalten. Cerberus kann nur uns verabschieden. Und wenn ich dich nicht mitgebracht habe? Cerberus hätte die Hanger verabschiedet. Danke, dass du kommst. Ich bin froh, dass du siehst. Wir müssen nach einem Sub-Level zu verabschieden, um die Cerberus zu verabschieden. Wo denkst du, dass wir die Protein B.I.? Ein Zentralab in der Mitte dieser Aufmerksamkeit. Es ist die größte sicherste Umgebung. Die Verabschiedung, die von den Kriegern verlassen wird, die größte direkte Route geben. Das hier war aber zettet. So kann man doch mal? Oh, ich wollte sie nicht unterbrechen Nach so viel Trauma, so lange, ohne Oxygen, wir können nicht nachdenken die Natur Operative Lawson verabschiede, sie ist jetzt in charge von Project Lazarus Ich habe nicht gedacht, dass es so schlecht war Sehr stark, bist du okay? Ich bin immer noch ich Ich glaube, dass ich mich auf den Serberus hätte sein können Ich weiß nicht, dass ich nichts mehr erinnert habe Vielleicht hat sie mich wirklich einfach verabschiedet Vielleicht bin ich ein hohe-tech-V.I., der denkt es Commander Shepard Aber ich weiß nicht, warum Es ist es, wenn es dich nicht ein wenig zu verabschiedet hat Tissue Regeneration ist, die Helmett hat den Kopf in der Tat, für was das tun wird Lawson will find a way Herr, Sie wissen, dass Shepard ist ein Veteran von der Kuhs? Eine Operation von Cerberus hat den ganzen Gruppen verabschiedet Shepard ist ein Soldat Er weiß, dass die Reapers die Realität der Realität ist Er wird mit uns Er hat dich wirklich gebrochen in Er hat dich wirklich gebrochen Every instinct, ich hatte, sagte mir nicht zu glauben, Cerberus Aber ich brauchte ihre Hilfe Also, ich spielte mich Du hast, was du hast, Shepard Und ich war da mit dir Ich glaube, Miss Daniels wird folgen Wir wollen einige alten Freunde auch Kontakt Dr. Chakwaz Und sende mir das Psych-Profile auf Shepard's Pilot Und mit einer Bottle 47 Dessia Red Spiegel Sneaky little bastard Use them to keep you from seeing the real Cerberus How's that door coming, Edi? We are clear to proceed Boah, das ist schon eine üble Sache.